Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Spurts Magic Mushrooms & Stuff. Äh, ich tschuldigung. Mushrooms hast du gedichtet? Ja, ich hab zu viele Pilze bei mir. Yo, Hammer! Und ich frage mich, wie wir die Pilze kochen können. Oder überhaupt irgendwie funktionieren muss. Also ich habe jetzt mit dem Dave geredet. Ich gehe jetzt nochmal in die Bar. Bevor wir dann auf die andere Seite, also zum Wasserfall gehen. Oder willst du zuerst, äh... Sprech mal an den Kollegen hier nochmal aus. Ich hab schon wieder an diese Juice gekauft. Ja, nix mehr für uns. Hat nix mehr für uns. So, raus die Hütte. Hat nix mehr für uns. So, raus die Hütte. Ja, die sind zufrieden mit uns. Aber ich hab jetzt noch die Quest. Lava Bluts. Und was war das ja auch schon wieder? Äh, ja, Lava Kamal, ne? Also, ich hab meine Zimmer in die Zimmer. Und ich hab gesagt, ich sollte mit dem Szene wieder reden. Sprech, sprech mit dem Szene. Best Szene. S-E-N. Ich such mal diesen Szene. S-E-N. 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 Gefunden. Sen, oder? Ja. Wo? Jo. Äh, bei nem Haus, das noch nicht fähig ist. Bei den Wappen, bei den Wappen, ja. Ähm. Did you get a bed at the inn? Ich soll hier mal was geiler, ich soll hier ein Bett kaufen Wo ist das hier? Das Inn Das ist unten, ne? Ja Du wolltest immer deine eigene Adventscheid Und hier ist es Ich wundere, was du enden aufhören Vielleicht sprichst du mit einigen Leuten All around the town Who knows what kind of stuff they might tell you By seeing So Ich geh mal kurz das Ding Ich kauf mal hier mal ein Bett Sam's Seaside Inn Muss ich vielleicht auch wieder ein Bett kaufen Kann das sein? Ich weiss nicht Ich komm mal runter Journal Update haben wir hab ich jetzt Ich komm mal runter Oh Oh Ach das Adventure war hier, stimmt Abenteuer Mach ich nicht Bonnys Bad Bord oder war der? Oder wo war dieser Sinn? Äh Inn Wo war dieses Inn? Ähm Da üben Eins weiter Oh 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 Ich seh was Was du nie siehst Hm? Ich hab aber noch nen Brief Anyone else feel like this bulletin board What if we put requests up on it Whenever need specified items Ähm Ich kann das nicht selecten Scheint noch nicht ganz funktionieren Aber hier ist offenbar ein Brett Das wir vielleicht irgendwann Äh Quests sammeln können So aber ich hab nen Update bekommen Von was? Speak to Sen Weil ich hier nen Zimmer gemietet habe I got my room at the inn I should go talk to Sen again Ja Jo Dann sollst du mir nur mit Sen sprechen Wieder hoch die Hüften Äh Wo ist mein Pferdchen hier hin? Ich geh mal zu Sen Okay Bei mir steht nämlich diese Quest gar nicht mehr Ja Ach du Ach du Da steht bei dir nicht mehr mit Sam irgendwas zu sprechen Back to Sandy Ich muss Ich muss zu Sandy zurück Hö Sandy? Ja Ähm Die Quest heißt bei mir Investigation at Fioras Habe ich gar nicht Ich weiß nicht wie ich die bekommen habe Ganz ehrlich Ich habe irgendwie mit irgendeinem gequatscht Das weiß ich noch Ah jetzt habe ich die Quest nicht mehr mit Sen Okay Kein Ding So Wollen wir mal zum Wasserfall gehen? Ja Lass zum Wasserfall Was eigentlich die letzte Runde machen wollen Hm? Ja genau Find ich gut Wollen wir uns hier bei der Taverna treffen? Oder Also oben? Jo Ich bin gleich da Oder bei der Baumschulen Mutti ist auch okay Hm? Kein Abschulen Mutti Okay wir können beim Farmer warten Ist eine bessere Runde Autsch Beim Farmer hinten wo wir Wo wir diese ähm Sie rumgebracht haben Ah bei diesem Dotspot Kartoffeln Kartoffeln Man Jo Da ist der Farmer Da ist ein Farmer Da ist wirklich ein richtiger Farmer Nicht äh Der Wie soll ich sagen Die Farmerin äh Die eins auch tut Auch Farmer So Ich werde angegriffen vor einer Ratte Soweit du hier äh Zugange bist Werde ich mal ein bisschen Holz Schippern So ich bin bei der Farm Wo bist du? Hier Also hier ist der Wasserfall Da ist er ne? Aber wie kommen wir jetzt da ran? Hm ich hab da so ne Idee Rundherum Rundherum Eventuell Eventuell Super Ich bin auf der anderen Seite Ich höre den Wasser Kann man da hoch? Ja da kann man hochlaufen Aber weiter nach oben geht's nicht Wie bist du jetzt da oben nach oben gekommen? Wie bist du jetzt da oben nach oben gekommen? Vielleicht nochmal? Darf doch nicht wahr sein Hm Hier kommt man gar nicht drauf Warte auf So hier sieht's mal Ein bisschen angenehmer aus Hier gibt's auch Grasland Oh Magic Emporium Everything 50% 60 600 Für ein Hut Ich rede mal mit dem The Magic Window Mr. Simmeling Gondon I have traveled All the two have been in search of rare and unique magical items Also trinkets Jo Und du verkaufst auch am unübligsten Ort der Welt Ja Ich geh mal weiter außen rum Oh hier sieht's auch noch interessant aus Ich hab ja mal da schon gefunden Also eine Eine Rotte greift mich an Viel Spaß Oh Gott Ich hab ne Gabel bekommen Oh Wo? Hier Hm Hier können wir nicht rein aber Was wir trotzdem können ist hier Doch guck mal Hm Du musst nur mit dem Ding hier Du musst nur den Stein hier links berühren Dann kommst du rein Ja du hast doch wieder zugeschmissen Ähm Wie gehen wir nochmal mit Mit C Ach Ist alles bisschen dunkel Achtung Wir sind Monster Ähm Du die Steine kann man auch kaputt schlagen sehe ich gerade Welche? Ja Eisen Gold Mit einem Holzschwert kann man Gold Ähm Da sind die Truhe da oben Ähm Ja schau mal wo ich bin Komm mal mit Das sieht so geil aus Das Au Au Das tut weh Das ist nicht trockeneis oder sowas ne? Ähm Junge Hm Ich bin hier Am Arsch Du bist ein Geist Weil hier geht ein Countdown runter was muss ich machen? Warten Achso Verliehe ich irgendwelche Items oder so? Das weiß ich nicht Ich weiß einfach nur eins Ne ich bin hier erst draußen Äh Na toll wo war das jetzt hier? Ähm Was ist hier? Jo Habs gefunden Kann man da noch weiter oder ist das jetzt Ende der Fahnenstange da hinten? Äh Ende der Fahnenstange Bis jetzt So Wo? Oh Oh Machst du da was kaputt? Ne oder? Ich mach Schaden da Ich mach Schaden da Aber Fängt der irgendwie nichts Aber drauf machen wir auch den ganzen Quatsch Das nachgeben Das nachgeben In 10.000 Millionen von Jahren kann Eventuell Eventuell Muss nicht sein aber kann Wär schön wenn man sieht wie viel der noch hat Ich glaube das geht nicht mit dem Weißt du was wir machen können? Weißt du was wir machen können? Mal mit nem Kollegen nem Magier sprechen Ganz am Anfang da Die Ruine Hint vor dem Äh vor dem 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 Ich versuch's nochmal mit dem Hammer Wie du kommst da ran? Ne oder? Ich mach auch Schaden ne? Mach mal den kleinen hinten kaputt Mach mal kurz Ich nehm das mal so in die Hand Ah hier hinten ist was Rodrik Von Rodrik Und hier ist ein Brief den wir bringen müssen Wie bist du da hingekommen? Rübergegleitet Geht's dann noch weiter? Ne aber da ist was Ansonsten Krieg ich mal hier Schlag ich den mal zu Tode hier Den Eiskristall Dauert aber ne? Ich hab das Gefühl Den kriegt man nicht so leicht runter Ich hab das Gefühl Oh Ja ein Brief Äh den kann ich nicht mehr machen Kann ich nicht mitnehmen mit App? Ich auch nicht ja Wir haben einen Schaf vor Das geht so nicht Ich geh einfach mal Hier raus Und es ist Tag draußen Oh Ruinas Journal Ja Vielleicht müssen wir diese Ruinas zuerst finden Wie hast du jetzt dann geschafft wieder raus zu kommen? Mit dem einfachen Schalter zu hinter der Ecke Mit dem einfachen Schalter zu hinter der Ecke Hä? Also ne ich mein jetzt Ich weiß schon Oh Hier gibt's noch ein Feuer Du bist noch drinnen ne? Jo Ich erkunde mal draußen Mal kurz bevor wir da hingehen Das nimmt mich diese Wunder hier wie das funktioniert So hier kann ich kurz auf dem Abspann stehen Dann hier hoch Du musst dann Mal auf diese Ähm Ich bin noch Zu Ruhe gekommen Rubine Nein eventar voll Wie das? Äh Kommen wir noch mal rein Ich komme Ich bin gerade bei dem Dingens Ein total einfache Sache hier Ja das würde ich sehen Scheiße Ich probiere es noch mal nachzustellen Ich probiere es noch mal nachzustellen Ich probiere es noch mal nachzustellen Ein bisschen hast du gesagt ne? Hallo Na du Ja Komm mit Das ist ein bisschen Parkour hier mäßig Hier steht Also guck mal ich Kannst du mal mal zuschauen So von hier aus hier hoch Dann mit dem Gleiter Hier auf den Absatz kannst du mal hinkommen So weit So weit Habe ich auch zuerst gemacht Genau und dann von hier Aus eigentlich Nur nochmal hüpfen Und mit dem Gleiter drauf Fertig Ich bin zu dämlich Ich bin zu dämlich Ja da muss man dreimal Und auf jeden Fall die Leertaste benutzen Ja Genau Oh Oh Alles mitgenommen Weiß Ich glaube ich bringe Ich verkaufe die Robine Hallo Oh ich habe schon mitbekommen Wir haben schon wieder Die 20 Juden erreicht Und du musst ja Morgen ganz früh los Für eine Aufnahme würde es nicht erreichen 20 Minuten das geht Geht das noch Oder wollen wir nächste Woche Ein bisschen Mehr machen Weil es ist schon relativ spät Ja Sag ich mal Das stimmt Also vielleicht ja Wenn das für dich besser ist Nächste Woche Ich bin für beide besser glaube ich Jo 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 Dann würde man sagen Das geht uns in der nächsten Runde Guck mal hier da hinten Da war ich Das da oben Ja genau Scheiß da hinten Und Da Da Dieses hochhaus Diese Leuchtturm Den siehst du da Ja Da müssen wir auf jeden Fall Ja Aber siehst du das grüne Ding da hinten Ja Das müssen wir sammeln Das ist einer der Quests Den wir aktiv haben Und da hinten ist auch noch eins Hei Wie lege Scheiße Da kommst du von dieser Plattform Schau mal da nach oben Von dieser Plattform dort Kommst du da Hey die Insel die ist so geil gemacht Und gut Für ne Alpha ist das Spiel richtig krass Okay Okay Wir kommen mal rund Äh Wann Das ist eine andere Runde ne Hier Hey Dann sehen wir uns in der nächsten Runde Bis äh Ich sag mal Montag wieder Ja Für euch wird es Montag sein Stimmt Ist ja Freitag heute Wenn man ähm Ja Stimmt Freitag Würde es Freitag sein Jo Dann sehen wir uns wieder Warte warte Ich bin von der Runde Ich bin im Wasser hier Ich bin in der Water Meine Daughter Ne klingt falsch Egal So Auf jeden Fall Das war es mal wieder Haut rein Hasta la vista baby Baby Wir sehen uns Tschüssikowski Peace